Das Fotorätsel im beiliegenden Material 3 ist ein einfacher Einstieg in die Arbeit mit dem Mikroskop. Die Kinder können die Nahaufnahmen betrachten und anschließend raten, um welche Gegenstände es sich handeln könnte. Die Fotos sind auch auf dem Arbeitsblatt 9, Wien unter dem Mikroskop, abgebildet. In der DigiBox finden Sie auch die dazugehörigen Gesamtbilder zur Auflösung des Rätsels. Nach diesem Muster können die Kinder nun eigene Fotorätsel erstellen, indem sie Dinge aus dem Haushalt oder in der Natur jeweils als Nahaufnahme und Gesamtaufnahme fotografieren. An einer Experimentierstation in der Schule können die Kinder mit dem digitalen Mikroskop verschiedene Materialien, Blätter oder Blüten erforschen und Ähnlichkeiten erkunden. Auch bei einem Spaziergang können Fotos gemacht und später dazu recherchiert werden, zum Beispiel im Buch Abenteuer Natur Wien. Die Pflanzen können mit einer Bestimmungs-App wie PlantNet direkt vor Ort bestimmt und dann auf dem Arbeitsblatt dokumentiert werden. Alle gewonnenen Erkenntnisse lassen sich in Form von Plakaten oder Referaten umsetzen. Die Pflanzen können mit einer Bestimmungs-App wie Untertitelung verursachen. Die Pflanzen können mit einer Bestimmungs-App wie Nikon dem Indeed, in Form von Plakaten ab und mit einer Bestimmungs-App wie Tag�� Vielen Dank.